Als nächster Redner hat für drei Minuten das Wort Herr Engström, bitte. Das Agreement bedeutet, dass der Europäische Parlament abdicat alle ihre politischen Werte über den Zukunft des Patenten zu einer Intergovernmental-Organisation, die außerhalb der EU ist. Das bedeutet, dass der Regierungssystem, der Regierungssystem dieses neue Patenten, die außerhalb des EU-Legalssystems ist. Das ist eine schlechte Sache für die Innovation, eine schlechte Sache für viele Dinge in Europa. Warum ist es wichtig? Wir haben, wie es schon erwähnt, seit vielen Dekadern, den Europäischen Patent Office. Das ist eine internationale Organisation, außerhalb der EU, außerhalb der Kontrolle der EU, außerhalb der Kontrolle des Parlaments. Wir sehen, was das hat ledigt. Der Vertrag, das ist die Grundlage der Arbeit der Europäischen Patent Office, der EU-Patent Convention, der EPC, erklärt, dass man nicht Patent Software, man nicht Patent Life, etc. Wir wissen, dass der Europäische Patent Office das nicht interessiert. Das ist eine Art und Weise, die Patenten zu verändern, mit verschiedenen Formularen, die, für die Software, zum Beispiel, sagen, dass wir, oh nein, wir niemals Patent auf Software auf Software als solche. Wir nur Patent auf Software, die auf Computer funktioniert. Das ist, obviously, eine blöde Argumentation, aber das ist wie sie funktionieren. Das wäre eine Möglichkeit, um das System der Patent in der Lage zu bringen, unter Judicial und politischer Kontrolle, aber wir missen die Möglichkeit, indem wir einfach abdicat und geben mehr Macht zu dieser Organisation außerhalb der Verordnung. Ich würde wirklich, wirklich wünschen die Kollegen, um das zu reconsiderieren, weil wir, ja, haben wir verschiedene Opinionen über das Patent System, aber es ist eine Sache, die wir eigentlich aufpassen. Wir aufpassen, dass es eine wichtige Sache für den Europäischen Union und die Ökonomie funktioniert, wie das Patent System funktioniert. Wir alle sagen, dass ein guter Patent System ist gut für die Ökonomie, gut für die Innovation, etwas, was wir wollen, während ein schlechtes System ist harmlos und ziemlich schlecht. Jetzt, als wir auf das Wort sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, zu abdicat über das Macht, zu geben eine der wenigen Dinge, die wir als Politiker, eigentlich können durch die Legislatur. Also, ich wünsche euch alle Kolleginnen und Kollegen, bitte unterstützen die Green Amendments, und lass uns beginnen, um eine reale Unitarische Patent zu arbeiten. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat für eine Minute Herr Kossusnig das Wort, bitte. Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Kollegen, Herr Kommissar, Herr Kommissar, Michel Barnier, hat gesagt, dass ich möchte, dass ich den letzten Kommissar in diesem Bereich wäre, weil ich ihn sehr gut weiß, wie er,